Wir sind hier auf der Alp Gamper Fien, die ist in Grabs, im Kanton St. Gallen und wir machen da heute Tag der guten Taten und wir sind am Weidepflege machen, am Entbuschen und wir können hier noch das Brennholz verschaffen, das wir anschliessend in den Shop versorgen, wo wir es zum Käse und zum Heizen brauchen. Hier auf der Alp von der Familie Tischhauser können wir etwas Gutes leisten für die Natur und für die Alpwirtschaft. Bei diesem schönen Wetter gibt es immer etwas zu tun und es ist sehr toll, dass wir das zusammen machen können als Team. Bis zum nächsten Mal.